Hallo, ich bin Sandra. Ich wollte euch noch einmal kurz mitteilen, ich mache jetzt gerade das Klin 9, mittlerweile jetzt zum zweiten Mal. Mir geht es total gut. Ich habe bis jetzt 1,8 Kilo, beziehungsweise vor zwei Tagen. Morgen darf ich mich wieder wiegen. Was aber für mich viel wichtiger ist, mir geht es einfach viel besser. Ich bin fitter, ich bin munterer, ich stehe in der Früh auf und bin kein Morgenmuffel. Entschuldigung, ich schaue gerade ziemlich zur Zaust aus. Mir geht es wirklich richtig gut. Ich spüre das auch im Magen und im Darm total, weil ich immer wieder öfter in den Darm Probleme habe. Da mache ich auch immer gerne eine Entschlackungskur. Das taugt mir viel und das geht mir auch wirklich richtig gut. Beim ersten Mal habe ich in den neuen Tag 4 Kilo angenommen, also 4,2 Kilo waren das. Und das will ich jetzt natürlich auch wieder. Es kommt bald der Sommer, ich spüre ihn schon. Naja, es hat halt wieder geschnieben, aber ich weiß, dass er kommt. Und da muss ich natürlich dünn sein. Anders geht das gar nicht. Ich wollte euch nur kurz mal Bescheid geben, wie es mir geht. Also mir geht es super. Ich kann euch nur sagen, probiert es aus. Es ist wirklich eine tolle Geschichte und es ist wirklich ein super Programm. Und ja, ich wünsche euch nur einen schönen Abend. Ciao.